Jo Joonis Bruder was geht? Jo Joonis warte mal! Warum bist du gestern Abend abgehauen? Die Vodkaflasche war da voll. Ich hab mir Sorgen gemacht, du warst voll besoffen, du bist einfach mit zwei Frauen abgehauen. Selam Onkel, du bist gar nicht Murat, ich dachte du wärst Murat. Ach ich Dolpatsche, Entschuldigung, sorry. Komischer Typ aber, ja, kein Ahnung. Nein, du bist ein Mist!